Die Freunde der Monarchie wissen es bereits. Wir feiern ein sensationelles Jubiläum. Die Queen ist 60 Jahre amtierende Königin von England. Das ist schon was Besonderes, dass jemand Königin ist, ohne einen Zusatz, also der Herzen oder so. Sie ist auch in Relation zu den sonstigen Mitgliedern der Königsfamilie erstaunlich lang mit demselben Mann verheiratet. Vielleicht kommen ja demnächst ein paar Affen raus. Ans Aufhören denkt sie nicht und macht einfach weiter, genau wie unser Bundespräsident. Morgen geht's weiter.